Ja, die Strategie, die du meinst, die heißt Boiling the Frog. Also die ist ja bei ganz vielen Sachen. Also du verschärfst die Gesetze immer weiter in der Hoffnung, dass niemand es merkt. Das ist ja auch bei vielen anderen Politikbereichen. Beispielsweise jetzt bei den Waffenlieferungen gegen Russland, da meint man Russland auch so handeln zu können wie die eigene Bevölkerung. Also immer mehr liefern, aber immer so langsam, dass Russland nicht überreagiert. Funktioniert nicht so gut. Und da macht man lustige Clips auf dem Kinderkanal, um den Kindern zu erklären, was Taurus-Raketen sind. Ja, das war Logo. Ich konnte das ja früher noch nicht einschätzen, als ich ein Kind war und immer Logo geguckt habe, ob das damals auch schon so schlimm war. Aber ich kann mich beispielsweise noch an so einen Clip erinnern, wo erklärt wurde, warum wir in Afghanistan sind. Und da wurde gesagt, ja, wir sind dort, die Taliban, die waren da an der Macht und da gab es Anschläge und außerdem behandelt die Frauen ganz schlecht. Ja, zum Beispiel. Lass mich noch kurz eine Sache ganz kurz machen. Aus Respekt mache ich immer ganz kurz die kompletten Alerts aus, damit wir hier nicht unterbrochen werden. Weil ich habe den ganzen Bums an bei mir. Ich weiß, du hast es bei dir nicht. Aber einfach nur, damit wir hier ein bisschen... Ja, das war zu nervig, die dauernd an- und auszumachen. Ja, das glaube ich dir. Du hast ja sowieso keine karrieristische Perspektive, was deine Twitch-Karriere in Anführungszeichen angeht. Ich denke mal, bei dir geht es tatsächlich einfach nur um politischen Austausch, so wie ich das jetzt bei dir irgendwie mitbekommen hätte. Ja, was heißt karrieristische Motive? Du würdest deine Werte nicht verkaufen und im Binde drehen, wenn es dir mehr Zuschauer versprechen würde. Achso, nee, definitiv nicht. Also das ist ja der Grund, warum ich hier auf Twitch bin. Ja, das ist, was ich neidern und Co. immer vorwerfe. Aber lass die mal gar nicht mal so sehr zum Thema machen, weil das wäre eine Verschwendung deiner Expertise zumindest. Diese Sachen wurden ganz breit durchgekaut. Ich persönlich muss mich outen. Ich habe nicht so wirklich viel Plan von Wirtschaft und von Außenpolitik. Ich betrachte das Ganze immer durch eine sehr naive Linse von jemandem, der Strategiespiele gespielt hat früher und vielleicht so das ein bisschen verstehen zu können. Vor allem, wenn es jetzt halt hier um so Geschichten geht, wie man darf jetzt mit rechts nicht reden, man darf sich die rechten Texte nicht durchlesen, denke ich mir halt auch, warum wollt ihr nicht wissen, was euer politischer Gegner tut? Wenn ich bei Age of Empires die Möglichkeit habe, die ganze Karte aufzudecken und zu sehen, was mein Gegner tut, ist das für mich ein unfassbarer Vorteil. Wieso wollt ihr nicht, dass wir wissen, was der Gegner tut? Dient es euch vielleicht, dass wir nicht wissen, was der Gegner tut? Ja, nach der Logik dürfte man sich auch keine Reden von Putin anhören. Genau. Hast du die heute gehört? Die von heute nicht. Nee, ich fand die Übersetzung, die auf Phoenix war, so furchtbar. Deswegen hatte ich da keine Lust mehr drauf, weiterzugucken. Ich habe den Fehler gemacht. Ich war beim Friseur. Meine Friseurin hat mir davon erzählt, dass das passiert ist heute, auch mit dieser atomaren Drohung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hörst du dir mal die komplette Rede an? Die war, zumindest so 25 Minuten davon waren auf der Welt. Und Welt ist, ich habe halt aufs Erste geklickt, was ich irgendwie gefunden habe. Ich kann die ganzen journalistischen Formate noch nicht so wirklich einordnen, wem man da jetzt vertrauen kann oder nicht. Man merkt es dann am Tonus, wie gesprochen wird. Die Wortwahl ist wichtig, auf welche Dinge Wert gelegt wird und auf welche nicht. Dann habe ich mir diese Rede heute angeschaut. Und das war, glaube ich, so eine Art Rede ans Volk, die in einem bestimmten Abstand immer gemacht wird von Putin. Und Grundtonus des Anfangs war, ja, wir halten jetzt als Volk zusammen und das ist alles super. Wir sind voll krass zusammen. Und dann hat er gesagt, ja, auch die Fabriken laufen gut. Und da werden drei Schichtbetriebe gefahren. Dankeschön für euren Aufwand oder für eure Energie. Und dann wurde in der Schweigeminute, die keine Minute war, aber darüber müssen wir jetzt nicht, so kleinlich müssen wir jetzt nicht sein, wurde in der Schweigeminute nach Deutschland wieder geschalten. Und da saß dann so ein Hans Wurst und hat erzählt, dass sie diese ganze Geschichte, dieses Märchen, diese Märchenstunde von Putin über seinen Zusammenhalt mit dem Volk und dass sie alle so wären, das können wir jetzt mal ignorieren, aber die Idee mit den dreifachen Schichten in den Rüstungsbetrieben, die finde ich ganz gut. Das hat er wirklich so gesagt. Und ich denke, die senden das. Was zum Teufel? Der Ukraine geht die Munition aus. Ich weiß nicht, dass die das jetzt auch bei uns machen wollen. Also was meinst du, warum über so viele Hilfen diskutiert wird gerade, die neu für die Ukraine beschlossen werden müssen? Das ist Wahnsinn. Die USA haben keinen Bock mehr, zusätzliches Geld da reinzuschießen und jetzt sind wir Europäer dran. Deswegen auch solche völlig irren Vorschläge von Macron. Wir sollen da jetzt so Daten hinschicken. Das geht alles in die Richtung, die probieren aus, wie weit sie gehen können. Das ist absolut richtig. Das sollte heute noch irgendwie relativiert werden. Von wegen der Macron hätte das gar nicht so direkt gesagt. Das ist jetzt furchtbar, dass Scholz es auch nochmal verneint hätte und so weiter und so fort. Und der Kiesewetter stellt sich hin und erzählt dann irgendwas davon, dass ja auch in der UN-Charta drin stünde. Man könne ja auch unter Umständen, wenn es gerechtfertigt wäre, Bodentruppen entsenden. Und es wäre dann ja von irgendwelchen Menschenrechten gedeckt und bla. Und ich denke mir, was habt ihr davon, wenn die Welt glüht? Was wollt ihr mit eurem Geld tun, wenn die Welt brennt? Das ist halt so ein Grundgedanke, den ich dabei habe. Was nützt es euch? Ich meine, in meinem Kopf sind immer finanzielle Interessen so, ne? Glaubst du, Russland würde darauf mit einer nuklearen Eskalation reagieren? Ich meine, es sind ja schon Soldaten von Frankreich, Großbritannien und den USA in der Ukraine, um die ganzen westlichen Waffensysteme zu bedienen, allein schon. Also es sind ja seit 2014 auch schon die ganze Zeit Blackwater-Söldner in der Ukraine gewesen. Die heißen ja jetzt Academy, die heißen ja nicht mehr Blackwater. Blackwater? Blackwater, das war diese Firma, die ist so berühmt geworden dafür, dass im Irak bei der Folterung von Kriegsgefangenen mitgeholfen hat. Und die haben sich dann, weil das in der Weltöffentlichkeit nicht so gut ankam, in der Academy umbenannt. Wenn wir es nur schön anstreichen, werden sie uns schon nicht vor den Karren pissen. Jeder weiß halt, dass sie vor ein paar Jahren noch Blackwater hießen. Deswegen habe ich auch gerade den bekannteren Namen verwendet. Ja, 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 ja. Und die haben Milliarden über dieses Unternehmen in die Ukraine gepulvert, um da militärische Strukturen aufzubauen. Mittlerweile ist auch bekannt, die CIA hatte da geheime Militärbunker. Da hat die Weltwoche jetzt vor kurzem drüber berichtet. Also das, ja, man hat da schon ordentlich was aufgebaut in der Ukraine. Da hat mir heute einer aus dem Chat auch was Schönes erzählt. Den wirst du wahrscheinlich kennen, Antiniel-Liberalismus. Der ist auch ein Zuschauer, den man ja in unserer Bubble kennt. Und der hat mir von einem Verein erzählt, dem NED, dem National Endowment for Democracy. Sagt dir das was? Ja, das ist eine CIA-Tarnorganisation. Genau. Kannst du mir darüber was erzählen? Was machen die so? Ja, die betreiben vor allem Informationskriegsführung. Die setzen sich für US-Interessen in anderen Ländern ein, fördern da Thinktanks, fördern da Universitäten, versuchen, ja, die amerikanische Sicht auf die Welt überall durch Softpower durchzusetzen. Also die gehen jetzt nicht dahin und putschen eine Regierung weg, sondern die beeinflussen die öffentliche Meinung in diesen Ländern vor allem. Okay, dann war ich vorhin ein bisschen unfair, weil wir haben uns den Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen. Und da ging es vor allem, warte mal, ich schiebe dich mal ganz kurz rüber, dann kann ich das nämlich nochmal vorlesen, weil das fand ich so toll. Die Aktivitäten der Stiftung steht, das NED fördert über tausend von Nichtregierungsorganisationen durchgeführte Projekte mit demokratischen Zielen in über 90 Ländern. Dazu gehört die Unterstützung politischer Parteien und Gruppierungen. Man kann meinen Kopf, die ganze Al-Qaida-Taliban, Al-Qaida-Taliban und deren internationale Vernetzung. Hilfe beim Aufbau demokratischer Strukturen. Es ist so Bomben mit Frieden, mit Tauben drauf, schwirren dann durch den Kopf durch Beratung zur Organisation von Wahlen. Beratung zur Organisation von Wahlen. Ich berate einen, darin lese ich dann halt Putsch, die Förderung von Vereinen und Verbänden der Zivilgesellschaft, wo ich wieder Taliban lese, Schulung für Unternehmer und Gewerkschafter, Unterstützung unabhängiger Medien und anderes mehr. Ja, wir müssen ja nicht gleich die extremsten Beispiele nehmen. Taliban, die Finanzierung und die Bewaffnung, die lief ja vor allem über den pakistanischen Geheimdienst. Okay. Nee, NED, diese ganzen Farbenrevolutionen in Osteuropa, die wurden gut vorbereitet durch Organisationen wie das NED, wie das USAID und auch durch viele private Thinktanks. Also es gibt ja so private Thinktanks, die von US-amerikanischen Superreichen mit Geldern, die sie an der Steuer vorbeigeschafft haben, gefüllt werden und die dann auch noch die gleichen Organisationen fördern, die auch vom NED gefördert werden. Also das, was du da in staatlichen Geldern siehst, das kannst du nochmal um ein Vielfaches hochrechnen, wenn du die privaten Gelder noch draufrechnest. Es ist Wahnsinn, ne? Also man möchte auch meinen, dass demokratische Umstrukturierung von einem System, wenn man weiß, dass solche, sag ich mal, Player oder Agitatoren in dem Fall im Hintergrund unterwegs sind, vielleicht nicht mehr unbedingt möglich wären. Was ist deine Meinung dazu? Also rein technisch als Gedankenspiel, Beispiel BSW würde jetzt totale Mehrheit im Deutschen Bundestag erreichen, 55 Prozent oder was. Glaubst du, die Macht wäre da, um eine Reformation der wichtigen sozialen Strukturen in unserem Land zu gewährleisten, mit Schulsystemen und so weiter? Okay, das ist jetzt eine viel weiterreichende Frage. Wir waren ja gerade bei der Finanzierung von solchen ausländischen Organisationen. Ich würde sagen, das ginge auf jeden Fall, dass du das einschränkst. Das ist in Deutschland ja sowieso nicht so stark. Wir haben ein relativ großes Industrieland, relativ gefestigt im westlichen Block. Deswegen brauchen wir gar nicht so viele von diesen. Also wir haben auch ganze Thinktank-Nex, aber das wird vor allem von deutschen Superreichen und der Bundesregierung finanziert, also an denen das Geld wegnehmen würde, wäre da in Deutschland schon der Großteil zerschlagen. Aber dass man die Finanzierung aus dem Ausland einschränkt, das macht ja beispielsweise Ungarn. Und Ungarn kriegt dann von der EU so Rechtsstaatsverfahren um die Ohren gehauen, weil internationale Organisationen und superreiche ausländische Medienkonzerne natürlich das Recht haben müssen, auf die Meinungen im kleinen EU-Land Einfluss zu nehmen. Also geht ja nicht, dass da die Regierung souverän die Medien in ihre befreundeten Oligarchen verteilt. Also das geht nicht. Nee, aber das könntest du relativ einfach regulieren. Denn wie gesagt, selbst Ungarn schafft das. Und Ungarn ist ja jetzt schon ein relativ kleines, relativ schwaches Land, was relativ abhängig von der EU ist. Also in Deutschland hätte man auf jeden Fall die Souveränität, das zu regeln. Aber du hast nach viel grundsätzlicheren Reformen gefragt. Ja, genau. Und wenn die absolute Mehrheit hätte, dann müsste man wirklich in der Partei eine strame Linie haben, dass man das, was man vor der Wahl versprochen hat, dann auch durchsetzt. Also man dürfte da nicht lauter Opportunisten in den Reihen haben. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man jetzt, also warum Sarah Wagenknecht die Partei noch so langsam wachsen lässt. Warum da nicht so viele, einfach jeder beitreten kann, dass man da wirklich eine gewisse ideologische Konsistenz hat. Erstmal, dass man keine Lagerkämpfe hat und zum anderen, dass man, also haben sie auch explizit gesagt, dass man keine Glücksritter da reinlassen will. War das nicht auch eine Problematik ursprünglich in der AfD, dass die unterwandert wurde dann, weil man die geöffnet hatte? Ja, da gibt es dann gut organisierte Gruppen und die können dann die Partei übernehmen. Und das ist in der AfD halt passiert. Ich meine, die haben ja drei Parteivorsitzende rausgeschmissen. In der AfD, da waren es dann lustigerweise mal keine neoliberalen Gruppen, die gut organisiert waren, sondern dieser Schnellroderflügel, der sich da gut in den Parteiensternen, Strukturen voranbringen konnte. Dessen Position muss ich mich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen genauer auseinandersetzen, aber die scheinen tatsächlich nicht neoliberal zu sein. Okay. Wie gesagt, ich muss das nochmal auch präzisieren. Ich bin, was die politische Landschaft angeht, relativ ungebildet. Ich bin aus Herzen links und beschäftige mich halt mit linken Werten und so, aber so wirklich dieses Präzise, mit genaueren Hintergrundinfos, was du jetzt hast, da bin ich noch lange nicht angekommen. Wann ist das NED? Also damit hast du, glaube ich, über 90 Prozent der deutschen Bevölkerung schon mal was verbraucht. Aber das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist jetzt zwar in meinem Gehirn drinnen, aber das kam ja heute auch aus dem Chat bei mir. Deswegen muss ich das immer noch so als Präfix dazu bringen. Stimmt, ich habe dich erst vor kurzem entdeckt. Mit was beschäftigst du dich in deinem Stream denn meistens? Also wir haben sehr viele verschiedene Thematiken. In der letzten Zeit haben wir vor allem sehr lockere Streams auch. Also das ist jetzt nicht mein Hauptinhalt, aber momentan tendiert es je nach Tagesform dazu hin, dass wir uns einfach hinsetzen lassen über alles mögliche Phasen. Wir hatten gerade soziale Fragen. Es ging hier gerade um Mobbing, Sozialpädagogen, Strukturen in der Schule. Wo kommt es her, dass man vielleicht in der Schule Gewalt anwendet? Warum greifen Schüler zum Messer in der Schule? Wir haben uns mit dem Kanal von Logo gerade ein bisschen befasst. Wir haben uns da diese Propaganda-Videos angeschaut, wo wir gerade noch mal drauf waren. Hin und wieder habe ich ein bisschen Gaming gemacht oder mache ich ein bisschen Gaming, aber selten eher so Wokey-Aufklärung, sozial-ökonomisch, also soziale Fragen, sozial-ökonomisch möchte ich jetzt gar nicht sagen. Ich werde jetzt nicht mit Begriffen um mich werfen, die ich jetzt nicht komplett verstehe. Aber irgendwie faseln eine Menge. Also es ist heichterer Content als bei dir. Ich denke mal, wenn man bei dir einschaltet, dann kriegt man von Anfang bis Ende geballte Packungen Input. Zumindest meine Erfahrung. Immer wenn ich bei dir eingeschalten habe bis jetzt. Wenn es gerade nicht um die Walkies geht. Ja, obwohl selbst bei den Walkies muss man ja auch noch dazu sagen, dass es da oftmals um Rhetorikstrategien geht. Und wie man miteinander umgeht, wie man jemandem die Worte im Mund rumdrehen kann, wie man jemanden framen kann und so. Wie halt so die Mechanismen dahinter sind, wie solche Bubbles auch entstehen. Oder wie versucht wird, Leute schlecht dastehen zu lassen. Und da gehört ja auch so ein gewisser, gewisser Input dazu, sage ich mal, um das richtig einzuschätzen, oder? Ja, es ist halt nicht sonderlich kompliziert. Also du sagst halt irgendwas, was gegen diese Ideologie ist. Du bist dann auch nicht bereit, zurückzurudern und gehörst dann auch noch zum falschen Lager. Und dann bist du irgendein moralisch bösekonnotiertes Wort, um dich jetzt fein zu markieren. Also sowas wie Rechtsradikaler, Nazi, Rechtspopulist, Antisemit, Reichsbürger. Also such dir irgendwas aus. Und vor allem auch nicht mehr, um mit dir nicht mehr reden zu müssen. Um sich mit den Inhalten nicht mehr auseinandersetzen zu müssen. Was ja auch irgendwie Kerninhalt des Populismus ist, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Populismus, ich halte von dem Begriff überhaupt nichts. Okay. Also wie würdest du das denn definieren? Also ist schwierig. Hättest du mich gefragt, vor dem MyLab-Video, hätte ich dir gesagt, Populismus ist das emotionale Runterbrechen von komplexen Sachverhalten, um sie einfach portioniert jemanden in Kürze darlegen zu können oder die umreißen zu können. Also eine komplexe Thematik, aufs Einfache runterzubrechen, das emotional zu verpacken, damit man mehr Anklang findet und das dann so verpackt zu verschicken. An verbal, per Text, per Video, whatever. An seine Zielgruppe. Ja, das wären ja zwei Phänomene. Zum einen Vereinfachung und zum anderen Emotionalisierung. Ja, genau. Also eine gewisse Emotionalisierung hast du in der politischen Kommunikation immer. Anders geht das nicht. Also sonst wirst du, das ist in unseren Medien typisch, sonst wirst du auch nicht gehört. Also warum haben alle YouTube-Videos so clickbait-mäßige Thumbnails, weil die Leute dann eher draufklicken. Aber Vereinfachung ist ja an sich erst mal gar nicht schlimm. Also kommt ja darauf an, ob du verfälschst durch das Vereinfachen oder ob du ein Sachverhalt, den du tatsächlich so einfach erklären kannst, wo du bestimmte Sachen weglassen kannst, ohne dass das Verständnis dessen leidet, trotzdem das du einfach erklären kannst. Genau. Das ist auch einfach ein Werkzeug. Das kann man gebrauchen für verschiedene Dinge. Mit deinem Hammer kannst du auch jemandem einen Schädel einschlagen oder ein Haus bauen. Also so sehe ich das halt persönlich. Wenn du zum Beispiel, man wirft ja Sarah Wagenknecht für die Räder in ihrem Parteitag, für die 30 Minuten, die sie da hatte, wirft man ja auch Populismus vor. Ich frage mich an der Stelle, wie willst du einem Publikum in 30 Minuten so ein umfangreiches Kernprogramm wirklich unpopulistisch detailliert und sachlich umreißen und die Leute damit mitnehmen? Du kannst ja Folgendes sagen, hey, ich habe hier Inhalte, die versuche ich, sage ich mal, mit Populismus zu vermitteln und auf Nachfrage gehe ich dann detailliert auf meine Lösungsansätze ein. Das wäre so den Ansatz, den ich für gut befinden würde. Dann könnte man ja auch nicht, also Sturmhaube bei mir gerade im Chat, könnte man auch nicht Populismus unbedingt direkt verurteilen. Ich will gar nicht lesen, was der schreibt gerade, sonst werde ich wieder komplett gemeldet. Ja, wenn der nicht gebannt ist, heißt das, dass du noch Meinungsfreiheit in deinem Chat hast? Bei mir ist Meinungspluralismus komplett, ja. Ja, aber MyLab hat das ja anders definiert. Sie hat ja dann gesagt, wenn du eine Elite gegen das einfache Volk stellst und diesen Konflikt dann quasi zum zentralen Konflikt erklärst, dann ist es Populismus. Also, ich gebe dich jetzt vereinfacht so. Also, das heißt vereinfacht, so hat sie es gesagt. Also, ihre Argumentation war ja nicht sonderlich kompliziert. War nicht das reine Zitat, aber sinngemäß, ja. Und das ist ja eigentlich der Kern jeder linken Politik. Also, wir leben nun mal an Klassengesellschaften. Also, eigentlich, die alle geschriebene Geschichte ist die Geschichte von Klassengesellschaften. Und jede linke Politik hat versucht, diese Klassengegensätze entweder umzustürzen oder zu vermindern. Und jede linke Agitation ist nach der Logik Populismus. Und dann würde ich sagen, also, wenn man Populismus so definiert, ja, dann sind wir auf jeden Fall Populisten. Dann ist jeder linke Populist. Ja. Also, falls es Kern der Definition wäre, wo ich mich dagegen stellen würde. Ich glaube, das kann man nicht vernünftig definieren. Also, Populismus. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Diffamierungsbegriff, der so allgemein gehalten ist, dass er, das ist ein Kampfbegriff. Was auch wieder zeigt, dass MyLab da absolut politische Agitation betrieben hat und einfach nur ihre Mainstream-hörige Ideologie da selber durchprügeln wollte und nicht ihre Zuschauer aufklären wollte. Darf ich mal ganz kurz eine administrative Aktion machen? Mein Hauptmod ist heute nicht da. Der muss heute arbeiten. Ich habe nur einen Mod aktuell. Ich morde mal ganz kurz jemanden, dem ich vertraue. Das hier, falls ihr, werden wir hier reden, weil ich lese den Chat nicht, falls hier irgendwie Trolle reinkommen oder so. Bei mir ist jeder Mod, also fast jeder. Finde ich auch einen interessanten Ansatz, muss ich sagen. Ich bin bei dir auch Mod. Ja. Finde ich eine schöne Idee. Die meisten Leute machen ja keinen Quatsch und wer anfängt, Quatsch zu machen, wird entmoddet wieder. Das ist, glaube ich, einfacher als zu wenige Mods zu haben. Rollo, du bist Mod. Habe ich jetzt einfach mal Drive-By entschieden. Habt ihr jetzt mal kurz mal die Mütze aufgesetzt, ne, Batch angesteckt hier. So. Übrigens ganz viel Liebe aus meinem Chat und liebe Grüße von BASED. Ach, schön. In dem habe ich heute gesprochen. Sehr gegrüßt. Wie gesprochen. Geschrieben. Ging heute um die Discord-Implementierung, weil es da mit dem Kamerasplitting ein bisschen Probleme gab. Discord und OBS gleichzeitig die Kamera zu geben, ist ein bisschen komplexer. Auf jeden Fall nochmal, um zu diesem Populismus-Ding zurückzukommen. Früher, wo ich noch ein bisschen, sage ich mal, nicht so in dieser ganzen Szene drin war, dachte ich, dass man so öffentlich-rechtliche Formate und so Funk-Formate einfach gedankenlos schauen kann, weil es wird ja schon das Richtige sein, weil es ist ja öffentlich-rechtlich. Die würden ja keine Leute einstellen, die Blödsinn erzählen. Das war immer so meine Idee, weil auf die muss man ja genau schauen, auf den öffentlich-rechtlichen. Da war ich noch sehr viel jünger. Deswegen hatte ich MyLab sehr positiv konnotiert in Erinnerung. Habe lange nichts mehr von ihr geschaut, aber als ich das, als ich dann das Video gesehen habe, dachte ich mir so, da schwingt sehr viel die Böhmer manche Rhetorik mit, also, oder Taktik mit. Und falls dir das Reconquista-Internet-Video von Böhmermann was sagt, wo es um die identitäre Bewegung ging, da wurden ja auch in Pondorian mit in einen Topf geschmissen. Ja, und diese Taktik, dass man das so beiläufig in eine Argumentationskette macht, das heißt, wir haben was Negatives, dann irgendwas, was wir persönlich als Agitatoren irgendwie weghaben wollen, das wird dann in die Mitte gesetzt und ans Ende wird dann wieder was gesetzt, was klar zu verurteilen ist. Wir hatten das im Schorioka-Artikel im letzten wurde gesagt, ja, diese toxische männliche Bubble geht gegen Frauen, und das ist zu verurteilen, dass man gegen Frauen ist, Komma, Lügen, damit wurden die Lügen quasi in diesen Kontext gesetzt und danach Feministinnen. Also diese Taktik, dass man quasi eine Sache entkräften möchte, indem man sie mit zwei anderen absolut zu Verurteilenden in Reihe setzt. Und Mail-Up und Elitenkritik im Rahmen des Populismus-Videos, das fand ich dann sehr interessant, weil Populismus ist ja negativ konnotiert in unserer Gesellschaft. Wenn man jemanden als Populisten bezeichnet, ist das immer ein Vorwurf. Ja, die Frage ist, warum? Also bisher, wie gesagt, konnte mir keiner noch eine vernünftige Definition liefern. Also es ist negativ konnotiert, ohne dass jemand weiß, was es bedeutet. Also das ist wirklich das Musterbeispiel für einen politischen Kampfbegriff. Ja, würde ich auch sagen. Also man spricht es einfach aus und man erwartet, dass der Gegenüber weiß oder die Zuhörer wissen, worum es da geht. Meines Erachtens sagt, wenn jemand Populist zu jemandem sagt, dann wirft er ihm vor, Dinge zu stark zu vereinfachen, aus dem Kontext zu reißen und emotionalisiert falsch wiederzugeben. Das ist so das, was ich so im Kopf habe, wenn ich höre, wenn jemand jemand anderen als Populisten bezeichnet. Wenn man dich zum Beispiel Rechtspopulist nennt, wo ich mir denke, Kollege, hast du dem mal zugehört? Da musst du teilweise zurückspulen. Das hat ja nichts mit Vereinfachung oder sowas. Und dann denke ich mir halt auch, wenn es denn kein Kampfbegriff, sondern eine präzise Bezeichnung wäre, dann müsste man das ja auch irgendwie widerlegen können beziehungsweise dürfte man es ja nicht so inflationär benutzen. Das ist ähnlich wie mit den Begriffen Rechtsextrem und Nazi und so weiter und so fort. Das macht man ja nicht, weil man der Meinung wäre, das Gegenüber ist wirklich mit diesem Begriff zu definieren oder perfekt zu beschreiben, sondern das macht man ja nur, um zu diffamieren. Verstehst du? Und das ist halt auch so eine Strategie, die mir nicht in den Schädel rein will. Weil es ist ja... Vor allem Nazi. Also du bist für ein anderes deutsches Staatsbürgerschaftsrecht und dann darfst du laut Neiter Nazi genannt werden. Also laut der Logik wären die SPD und die CDU vor dem Jahr 1999 nationalsozialistische Parteien gewesen und die FDP auch. Also ja, was soll man dazu noch sagen? Ich frage mich halt, warum das niemand aus dem Chat hinterfragt. Also ich habe schon oft hier auf dem Kanal darüber gesprochen, wie ich diese ganze Bubble einschätze, wie diese Dynamik überhaupt entstanden ist. Also ich bringe da oftmals dieses Beispiel von der Arena oder dem Kolosseum. Wir haben die Ränge, die gefüllt sind mit dem Volk, das oben zum Imperator schaut, der dann in die Arena zeigt und entweder Daumen nach oben oder Daumen nach unten macht. Und das Volk schreit dann mit, weil es Blut sehen möchte und weil es dann so diese Gruppendynamik gibt und so. Und deswegen glaube ich nicht mehr, dass die wirklich wissen, mit was für Begriffen die da um sich werfen. Es gibt ja sowieso schon auch die Anfeindung, wenn du wirklich fragst, hey, pass mal auf, du hast den gerade so und so genannt, kannst du das bitte definieren? Dann darfst du gleich mit runter in die Arena so, ne? Das ist halt ein Miteinander, für das ich nicht bin. Safe nicht. Ja, das ist politische Strategie. Also jeder, der nicht dieser Ideologie folgt, soll aus dem Diskurs ausgeschlossen werden und das folgt halt daraus, dass diese Ideologie im freien Diskurs keine Chance hat. Das Problem ist ja bei der Geschichte, wenn wir uns diese Walkies anschauen, die entstehen ja oder entstanden aus, verbessere mich sofort, wenn ich irgendeinen Blödsinn sage, aus dem Postmodernismus und aus der Social Justice Warrior Bewegung, die institutionell wahrscheinlich irgendwo gefördert wurde und da große angelegte, sag ich mal, Medienkampagnen dahinter sind, aber die sind ja, die kriegen ja keine Kohle, die sind ja losgelöst davon. Also wie kann es sein, dass heutzutage bei dieser gesamten Kritik der, diese Woke Bubble sich noch nicht davon irgendwie gelöst hat? Wovon gelöst? Also die Woke-Ideologie oder beziehungsweise dieses Miteinander, diese Gesprächsstrategien, die sind ja die sind ja toxisch wie Fick. Das kann ja nicht für Wachstum sorgen, weil zwangsläufig Leute ja ausgeschlossen werden und wenn Leute in die Bubbles reinkommen, wenn die ganz genau beäugt und analysiert und da wird Twitter durchgeschaut und haben die vor sechs Jahren mal irgendwas Problematisches geschrieben und so weiter und so fort. Das kann ja nicht sein, was auf Dauer wächst. Also ich frage mich, warum es immer noch so aktiv ist. Was heißt wächst? Also die Werte, die diese Walkisten vertreten, die sind überall akzeptiert. Also dass es strukturellen Rassismus gibt, es wird jetzt sogar so ein Selbstbestimmungsgesetz diskutiert. Also all diese, also man kann sein Geschlecht quasi immer wechseln und die Walkisten, die sagen ja mittlerweile, die haben vor ein paar Jahren Selbstnutzung zwischen sozialem und biologischem Unterschied. Jetzt sagen sie, das ist doch wieder eins, aber dass man das immer wechseln kann. Das ist mittlerweile gesellschaftlicher Konsens. Das heißt, jeder, der auf dem Stand von vor fünf Jahren ist, der ist mittlerweile transfeindlich und rassistisch. Also und das geht bei immer größeren Bevölkerungsanteilen durch. Es ist ja auch so, dass du bestimmte Wörter nicht mehr sagen darfst, die vor ein paar Jahren noch völlig normal waren. Aber würdest du das sagen, dass es durchgeht? Also mal ein Hot Take dazu. Ich bin ziemlich viel so privat auf Social Media unterwegs, also eher so zum Durchscrollen, wenn man mal im Bett liegt, aber da gehen halt mal drei, vier Stunden am Tag flöten. Und da kriegt man ja auch so ein bisschen die Resonanz mit, wie auf solche Sachen reagiert wird. Es gibt auf der einen Seite gibt es vormerklich Akademiker-Kinder, Kinder aus gutem Hause, die auf gute Unis gehen, die diese Ideologie verbreiten und denen aber auch klar gekontert wird, hey, du schaust aus, als warst du noch nie einen Tag arbeiten in deinem Leben. Und dann auf der anderen Seite haben wir eine ganz klare Gruppe, die sich dagegen stellt, die nicht wirklich irgendwie Nazi oder Rechtswehr, sondern die einfach sagen, mir hängt diese Scheiße zum Hals raus. Also wie siehst du da die zukünftige Perspektive? Weil rein technisch haben wir weniger Akademiker-Kinder als Arbeiterkinder in der Welt und wenn man, sag ich mal, diese Ideologie eher dann vertritt, wenn man keine reellen Probleme hat, was ich jetzt so beobachtet habe, also Leute, die zum Beispiel, ich habe einen Kumpel, der studiert, der studiert, Musikproduktion, der macht jetzt Toningenieur, der kommt aus einem sehr armen Elternhaus, allein erzieht, eine Mutter, keine Kohle für Musikunterricht, gar nichts, Zeitung austragen, damit er eine Gitarre kaufen konnte. Und der hat jetzt über eine Förderung, eine staatliche, hat das auf eine Uni geschafft, weil der extrem gut ist, der Mann ist absolut hochintelligent und der lebt Musik, also so wie du Wirtschaft lebst, ist der in Musik. Wenn du fragst, erkennst du ein Album, was du momentan empfehlen würdest, der gibt erst mal 26, und der hat mir auch erzählt, dass seine Kommilitonen hauptsächlich wirklich Kinder von reichen Musikern oder von Akademikern sind, teilweise tausende Euro einfach so überwiesen bekommen, wenn mal irgendwas ist, Neuwagen fahren und so weiter und das sind dann genau die, die dann auch auf seine Privilegien hinweisen, also einfach dieses komplette Wörterbuch runterkauen, obwohl diese Aussagen nicht zutreffen, weil obwohl der weiß und hetero ist, ist der alles andere als privilegiert. Ich meine, der geht noch in die Lebenshilfe und kümmert sich da um einen behinderten alten Mann, um irgendwie Kohle reinzubekommen und das sind halt vornehmlich die, die dann solche Sachen von sich geben. Sobald es irgendwie in, sage ich mal, Bereiche geht, wo dann Leute Kfzler schaffen, Elektriker, Gaswasserscheiße, irgendetwas in die Richtung, hast du immer so diesen Ton, ey, dieser Wokemist geht mir so auf den Sack, ich kann es nicht mehr hören, Disney mit den Zwergen und blau und dann diese ganzen Talking Points. Also kann mir halt vorstellen, dass diese Akademiker-Schicht, sage ich mal, dass die einfach so viel Zeit haben, um auf Social Media zu hängen, so wenig Probleme haben, dass es sich künstlich welche schaffen und das Ganze aber nicht wirklich wächst. Ich weiß es nicht. Ja, was heißt wächst? Also wenn du die Unis kontrollierst, wenn du einen Rundfunk kontrollierst, wenn du Wirtschaftsunternehmen da hegemonial bist, wenn du in der Politik alle deine Narrative grundsätzlich teilen, dann brauchst du die Mehrheit der Bevölkerung nicht zu überzeugen. Das ist ein sehr guter Punkt, da habe ich natürlich drüber nachgedacht, dass sie ja quasi dann die Machtposition innehaben werden. Ja, die haben sie schon inne. Wie gesagt, das ist kulturelle Hegemonie. Das sind Aktionen, die werden da überall vorausgesetzt. Also ich habe das auch bei mir in der Uni, dass viele Uni-Vorträge von Professoren beispielsweise gegendert werden. Also kein normaler Mensch würde sowas machen, aber Leute, also Jüngere vor allem, die in diese Position gekommen sind, die machen das dann. Finde ich sehr interessant. Also wir sind uns, glaube ich, einig, dass die Menschen, die sowas tun, diese Werte nicht vertreten, oder? Was heißt, diese Werte nicht vertreten? Ich habe, dass diese Werte oftmals missbraucht werden, um das eigene Ansehen einfach zu steigern. Ja, ich würde da jetzt niemandem was unterstellen. Also sie vertreten sie nach außen hin und ich finde, das reicht. Ich bin mir halt nicht sicher. Weißt du, ich denke mir halt, marginalisierte Gruppen, die gibt es. Es gibt Menschen, wie zum Beispiel Lexi, die haben unter ihrer, unter ihren Problem ultra zu leiden. Und da gibt es Leute, die setzen sich für Transpersonen ein, aber nur für die Transpersonen, die der eigenen Meinung sind. Und da denke ich mir, okay, dann muss es ein opportunistischer Wert sein, weil wir drehen ihn so, wie wir ihn brauchen. Oder wir wenden ihn nicht unabhängig des Gegenübers an, sondern wir drehen unseren Wertekatalog so, wie wir ihn situativ brauchen. Was ja Opportunismus ist. Was ja dann auch wiederum bedeutet, dass man nicht an diese Werte glaubt. Weil wenn man an diese Werte glauben würde, dann würde man, um diese Werte zu beschützen für sich selbst, diese Werte unabhängig davon anwenden, ob ich mit meinem Gegenüber einer Meinung bin oder nicht. Ähnlich wie mit der Meinungsfreiheit. Und das ist so ein Prinzip, was ich oftmals betrachte und oftmals sehe. Wenn jetzt das Beispiel, ich weiß, es ist durchgekaut wie scheiße, Women for Trump bei Shurioka gegenüber der Transperson in ihrem Chat. Ja, das war ja eine böse Transperson. Die hat ja gesagt, dass man dieses böse Spiel spielen soll. Genau, und das ist eben die Problematik, die ich meine bei der ganzen Geschichte. Dass es keine gefestigten Werte sein können, sondern Opportunismus zwangsläufig sein muss, wenn man die Werte anpasst, je nachdem, was für eine Person da vor mir steht. Wenn ich sage, ich bin für Meinungsfreiheit. Das heißt nicht, dass du diese Werte nicht vertrittst. Also das heißt nur, dass du, also es gibt nicht nur universelle Moralen, es gibt auch tribale Moralvorstellungen. Und das ist eine tribale Moralvorstellung. Wenn der zu meinem Stamm gehört, dann ist der moralisch gut. Wenn er nicht dazu gehört, dann nicht. Also das ist ja, wie gesagt, ist jetzt nicht meine Art von Moralvorstellung, aber die Moral, die würde ich da jetzt mal nicht absprechen. Ich meine, diese Moralisierung, die ist da ja allgegenwärtig. Ja, finde ich interessant. Gedanken habe ich noch nicht gehabt. Das kannte ich noch nicht, dieses Prinzip, also dass du eine tribalistische Moral hättest. Weil ich bin eher so dafür, Vertreter von absoluter Moral. Ist unabhängig von Geschlecht, Herkunft, mir egal, alles anzuwenden. Weil ansonsten könnte ich ja nicht mehr in den Spiegel schauen, weil ansonsten würde ich mir denken, Kai, was bist du für ein Schwätzer? Was erzählst du dem einen, das sind deine Werte, und dann auf den anderen wendest du sie nicht an so? Ja, die meisten Menschen haben eine universelle Moral. Also diese tribale Moral, also jeden, den du fragst und der ein bisschen darüber nachdenkt. Ich meine, deswegen gibt es ja auch immer diesen Vorwurf der Doppelmoral. Ja, genau, genau. Wenn sich klar dazu bekennen würde, dass man eben diese Werte nicht universell vertritt, was, glaube ich, die wenigsten Walkies dann offen machen, wenn du sie darauf ansprichst. De facto ist das ja bei ihnen so. Ja. Finde ich super interessant, weil man ja eigentlich sich bewusst sein müsste, dass tribalistische Moral dann irgendwie in den Augen der Gesellschaft was Amoralisches wäre. Ist das nicht irgendwie auch so quasi die Definition der Doppelmoral, wenn man tribalistische Moral vertritt? Ja, ja, definitiv. Aber das heißt eben nur, dass du eine andere Moral hast und nicht, dass du keine hast. Ja. Also. Verstehe. Da bist du sehr präzise. Da bist du sehr präzise. Also wenn ich sage, ich halte das für Moral los oder ich behaupte, ihr hättet keine Moral, hast du gerade sehr gut präzisiert. Nein, sie haben Moral, aber es ist eine andere Art Moral, die tribalistische Moral. Also wenn man da so präzise bleiben möchte, ja, gut, cool, wieder was dazu genannt. Es ist halt einfach eine, eine Denke, mit der ich mich nicht identifizieren kann. Und die, ich finde, auch angekreidet gehört, weil tribalistische Moral unserer Gesellschaft ja schadet, weil es ja auch irgendwie eine Art von Spaltung ist, oder nicht? Ja, hier wird die, also das hat ja alles einen Sinn und einen Zweck. Hier wird die Politik moralisiert. Hier wird versucht, eine bestimmte politische Ideologie durchzubringen mit so einer immer drauf geträufelten Moralsauce, überall drüber. Also wenn du, also wenn du keine Gegenargumente hast, dann ist da ein anderer einfach ein böse konnotiertes Wort. Also ich weiß nicht, ob du Andreas Kemper kennst. Nein. Der hat über, das ist so ein Rechtsextremismus-Forscher, der sagt viel über die AfD, kann man bestimmt auch viel kritisieren, aber der hat gesagt, bei Rechtsextremen, da dient Sprache dazu, dass sich nur noch wiedererkannt werde. Also nicht mehr, dass Argumente ausgetauscht werden, sondern dass man wiedererkannt wird, dass man zeigt, ich bin Mitglied dieser Ideologie, ich bin Mitglied dieses Stamms. Und ja, genau das machen Walkis mit ihrer Sprache auch. Also exakt diese, ja, das ist sehr interessant. Und zwar viel mehr als AfD-Politiker. Also wenn man bei AfD-Politikern reden hört, dann sind da ja, wie man die Argumente jetzt inhaltlich finden mag, brauchen wir jetzt glaube ich nicht inhaltlich drauf eingehen, aber da sind wenigstens noch Argumente drin. Da wird nicht gesagt, die anderen, das sind nur elende, moralisch verwerfliche Vaterlandsverräter, sondern da wird ja schon noch gesagt, was die Grünen und die Ampel gerade falsch macht. Ja, genau. Ich meine, jeder von uns kennt diese Beispiele des Vokabulars der Walkis. Weißer Heterozismen, denke ich mal, ist das berühmteste Beispiel davon. Wenn man sowas in der Diskussion hört oder wenn jemand so ein, sag ich mal, ganz salopp so ein Duktus auspackt. Ein Duktus. Marginalisierte Gruppen finde ich auch gut. Ja, das auch, ja. Wobei ich das auch selber heute benutzt habe, einfach weil es auch ein passender Begriff eigentlich rein technisch ist. Obwohl du ja auch mal gesagt hast, du hältst nichts von Marginalisierung oder den Begriff Marginalisierung? Ja, ich halte nichts davon, irgendwelche identitären Merkmale aufzuladen. Also Nathan wollte uns beispielsweise erklären, dass es erst mal Autismus eine Marginalisierung sei und zweitens, dass es eine Autismus-Community gäbe. So wie Internetforen oder? Ja, da treffen sich alle Autisten und stimmen dann darüber ab, wie ihr gemeinsam Autisten, also völlig hirnverbrannt. Das ist nur, weil du dir ein Merkmal nicht kennst. Ich würde Geld dafür zahlen. Ja, nur weil du dir ein Merkmal teilst, gehörst du nicht zu einer Community und nur weil du halt ein Merkmal hast, was nicht der Mehrheitsbevölkerung entspricht, bist du nicht marginalisiert. Ja, was wäre denn die Definition des Wortes oder der Marginalisierung? Dass man eine Randgruppe ist oder eine Schnittmenge? Okay, okay. Und wo sind ich denke mal gewisse Gruppen könnte man schon sagen, dass die gewisse Problematiken in bestimmten Bereichen unseres Landes haben. Wir gehen, ich versuche das so einzugrenzen. Ich gebe dir mal ein ganz saloppes Beispiel. Wenn du bei uns in Würzburg auf dem Land mit dem türkischen Nachnamen dir versuchst eine Wohnung zu besorgen, dann wird aber ganz schnell erstmal Schufa und alles und Zeugnis und also Führungszeugnis und so verlangt. Wenn du Schmidt heißt oder was weiß ich, Meier oder bla, dann passiert das nicht. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber es ist die Frage, ist es nicht ein bisschen, also erstmal fragt man sich, okay, warum ist man als Autist eine marginalisierte Gruppe? Warum ist man als Transperson eine marginalisierte Gruppe? Diese Frage muss man stellen. Es ist ja nicht behauptet, dass sie es nicht wären, sondern ich frage ja nur, warum? Ja, also beispielsweise rechtliche Benachteiligung, also beispielsweise Autisten, da gibt es ja so viele Rechte, die normale Menschen haben, die Autisten nicht haben. Genau, da frage ich mich, welche? Welche ist die erste Frage? Ja, das wäre jetzt meine Frage an Nathan. Genau, das ist ja nicht mal mit Bösartigkeit konnotiert, weil wie du vorhin schon sagtest, die Moralisierung der Politik und vor allem des politischen Miteinanders ist ja Gift für den Diskurs. Da wird sich ja nicht mehr um inhaltliche Sachen gekümmert. Und Nathan würde jetzt anfangen zu moralisieren und würde jetzt versuchen irgendwie zu derailen, von dieser simplen Fragestellung darauf zu schließen, ich wäre Nazi, ich wäre Anti-Autism, dafür gibt es in drei Wochen auch ein Wort, schwöre ich dir, und so weiter. Obwohl ich wahrscheinlich, ja, ablässig, obwohl ich ja wirklich mit einer absolut neutralen Haltung reinkomme. Ich sage, hey Kollege, ich will es wirklich wissen, kannst du mir irgendwie ein Beispiel geben, ich will verstehen, ich will lernen, ich will verstehen, warum du die Dinge sagst, die du sagst. Und wenn ich dann feststelle, dass da keine Argumente sind und das dann angefangen wird anzugreifen und lächerlich zu machen, sich hinzusetzen und so ein Dara lacht, dann denke ich mir, okay, dann scheinen deine Absichten ja auch nicht lauter zu sein und du scheinst es ganz auch nur irgendwie zu machen, weil du dir daraus irgendwie einen Vorteil versprichst. Und dann frage ich nochmal, ist es vielleicht, ist es vielleicht nicht gerade die marginalisierte Community, wenn wir uns das jetzt mal in ihrem Duktus lassen oder halten wollen, im Internet, auf deren Rücken Profit und Karriere zu machen, vielleicht gerade das Amoralischste ist, was man sich vorstellen kann. Ja, definitiv. Also ich finde diese ganze Ideologie moralisch nicht so einwandfrei. Ich finde diese gesamten Ziele, worauf das hinausläuft, moralisch nicht so gut, aber das sehen die Walkies halt anders und Moral, die kannst du halt nicht objektiv begründen. Es ist halt immer was gesellschaftlich Ausgehandeltes. Und auch immer so ein Faktor aus der eigenen Sozialisierung heraus, würde ich sagen. Ja, definitiv. Die Frage ist, weil diese Communities, da sind ja auch Menschen dabei mit vernünftigen Werten. Die sind halt da irgendwie in so eine Lawine mit reingekommen und dann da kugeln sie gerade mit. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man die da irgendwie rausgezupft. Mein Ansatz wäre, in die Chats von den Streamern gehen, einfach nett und freundlich sein und respektvoll mit den Leuten umgehen und versuchen, denen irgendwie auch, selbst wenn sie selber aggressiv werden, das Gefühl zu vermitteln, dass wir eigentlich gar nichts Böses wollen. Seltsam von dem Vorschlag. Ja, wenn du den Eindruck, also den Eindruck kannst du nicht vermitteln, sobald du ihnen widersprichst. Das geht nicht. Ja, die denken, dass du ihnen was Böses willst, sobald du der Ideologie widersprichst, die meisten jedenfalls. Würde er jetzt auch nicht generalisieren, aber 95 Prozent der Leute aus dieser Bubble. Oder vielleicht ist es die laute Minderheit, die sehr stark konträr gibt. Wir hatten im Discord letzten Nachts eine Diskussion über genau diese Thematik und da wurde auch von Cracky zum Beispiel auch gesagt, das sind eigentlich gar nicht mal so viele Leute, die so arg militant Anti sind und das auch bleiben. Also wirklich, das Bleiben ist jetzt das wichtige Wort. Sondern es sind so 10, 15 Leute. War seine Aussage. Habe ich drüber nachgedacht? Weiß ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute aus den Woken Bubbles erstmal Anti sind. Du schreibst irgendwas und dann kommt ihr drauf, 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 drauf. Und wenn man dann respektvoll bleibt, dass es dann Leute gibt, die dann irgendwann einklicken werden und sagen so, hey, warte mal, der ist ja gar nicht so böse, Fascho, Rechtsnazi, außen, sondern er redet normal mit mir. Weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch mal eine naive Annahme. Ja, aber diese extreme Feindhaltung, die kommt von dieser Moralisierung. Also deswegen solltest du Politik und Moral nicht unbedingt so stark vermischen, wie die Walkers das machen. Denn über unterschiedliche politische Interessen kannst du verhandeln. Also wenn der eine sagt, ich will einen Spitzenschauer, sagt 75 Prozent, der andere sagt, ich will einen von 40 Prozent, okay, triffst du dich vielleicht in der Mitte und es ist dann 55 Prozent. Wenn der eine aber sagt, du hast die falschen Werte, also alles, woran du glaubst, ist falsch, du hast die falsche Moral, dann kannst du darüber nicht verhandeln. Über moralische Aktionen, die nimmst du erst mal an. Das sind jetzt nicht irgendwelche materiellen Interessen, die du logisch begründen kannst. Ja, dann ist der andere erst mal Feind. Und alleine deswegen solltest du Politik und Moral nicht vermischen. Verstehe, verstehe. Absolut sinnvoll argumentiert, ja. Ein gerechter Krieg ist ein besonders brutaler Krieg. Ja. Uh, uh, in Anbetracht der aktuellen Konfliktsituation in der Ukraine, ja, trifft es auf jeden Fall auch nochmal sehr stark zu. Ja, da wird uns doch auch erzählt, also das ist ein sehr gutes Beispiel in der Ukraine, da wird uns ja auch erzählt, es geht um die Freiheit, um die Demokratie, um die, also es wird riesig moralisch aufgeladen, ja. Anstatt, dass man einfach einen Kompromissfrieden verhandelt, der, wenn man sich die Situation realistisch anschaut, sowieso alternativlos ist. Beziehungsweise eine Alternative gäbe es, und das wäre ein russischer Sieg. Also, die Ukraine blutet immer weiter aus, die jüngste Mobilisierung ist komplett gescheitert, die russische Armee rückt immer weiter vor, die ukrainische Armee, also es befindet sich in einer katastrophalen Situation und, ja, es, Saluznyi wurde ja vor kurzem entlassen, weil er, weil er nicht mehr komplett auf Selenskyi gehört hat, also Selenskyi hat nicht mal mehr den Rückhalt der Armee und, ja, jetzt gibt es eigentlich keine andere. Saluznyi war der Befehlshaber, oder? Ja, ja, ja. Und jetzt hat Selenskyi jemanden, der ihm treuer ist, da eingesetzt, der einen Ruf dafür hat, dass er Soldaten in sinnlosen Schlachten verheizt, um halt irgendwelche politischen Symbolsiege zu erreichen. Also, der Krieg, der ist für die Ukraine, also, das Beste, was sie noch herausholen kann, ist ein Kompromissfrieden und das, was immer wahrscheinlicher wird, je länger er dauert, das ist eine krachende Niederlage. Und jetzt gibt es hier einige Kriegstreiber, die wollen Taurus in die Ukraine liefern, den Krieg nach Russland tragen oder hatten sie am Anfang gesagt, NATO-Soldaten in die Ukraine schicken. Also, da hatte Wolfgang Ischinger von der Münchner Sicherheitskonferenz schon gesagt, ja, der Vorschlag ist ein bisschen kühn, aber nicht falsch. Also, da gibt es auch in Deutschland schon Erste, die sich raustrauen. Es ist der Wahnsinn. Was will man damit erreichen? Russland zu schwächen, das ist das ganz rationale Interesse daran. Also, die BRICS, die steigen gerade auf und der Westen, der steigt relativ gesehen dazu ab. Und jetzt versucht man, Russland zu schwächen, um China halt einen wichtigen Verbündeten für den kommenden, auf jeden Fall kommenden Krieg mit China wegzuhauen. Ja, also, habe ich heute auch erst herausgefunden, die BRICS-Staaten sind Brasilien, in Indien, Russland und China. Und Südafrika, ja. Genau, in Südafrika. Und das hat Putin heute auch in seiner Rede gesagt, dass die BRICS-Staaten mittlerweile die westlichen Staaten, also die G7, an Kaufkraft überholt hätten. Dass die G7 mit 30, irgendwas Prozent und die BRICS jetzt mit 31,5 dastehen. Das ist auch natürlich eine interessante Perspektive, warum man gerade jetzt versucht, Russland finanziell so nackt wie möglich zu machen. Ich denke mir halt so, aus einer Perspektive von jemandem, der absolut keinen Plan von der ganzen Geschichte hat. Was soll denn passieren? Soll Russland sich hinstellen und irgendwann einfach sagen, so, ich geh jetzt, weil kein Bock mehr oder was, oder keine Ahnung, ich seh das jetzt nicht mehr ein. Wie würde denn Putin das vor seiner eigenen Bevölkerung verkaufen? Ich hab hier, keine Ahnung, 100.000 oder was auch immer die Todeszahlen sind, ist eigentlich scheißegal, eine irrational große Menge an Leben geopfert. für einen Konflikt, der kein Ergebnis brachte, der uns Unmengen an Geld gekostet hat, unsere, sag ich mal, soziale Position mit dem Besten komplett kaputt gemacht hat. Was denken die denn, wie Putin versucht, aus dem Konflikt rauszukommen? Und wenn du dann, sag ich mal, Putin so militärisch in die Enge treibst, dass er nicht mehr weiter wissen würde, als irgendwie die größeren Kaliber aus dem Schrank zu holen, das riskiert man ja gerade aktuell. Oder bin ich da jetzt falsch? Ja, der Krieg läuft ja für Russland gerade gar nicht schlecht. Also wie gesagt, die Position der Ukraine verschlechtert sich immer mehr. Da kann der Westen noch so viele Waffen schicken, wenn es keine Soldaten in der Ukraine gibt, um die zu bedienen, weil das ukrainische Militär einfach ausblutet, weil die Ukraine viel schneller ausblutet als Russland vor allen Dingen, dann nützen einem die modernsten, besten Waffen nichts. Deswegen ist auch der Ruf groß nach NATO-Soldaten, weil man einfach zu wenig Personal besitzt. Verstehe. Weil das nicht mehr lange gut geht. Also das ukrainische Militär, das wird schon immer weiter zurückgedrängt. Ja. Also ich persönlich sage ja lieber 100 Tage schlecht verhandelt als einen Tag geschossen. Ich finde die Forderung nach Friedensverhandlungen, die schreit eigentlich gegen den Himmel so. Und das Ding ist, es lag schon ein fast fertig unterschriebener Friedensvertrag auf dem Tisch. Also Russland hat das mittlerweile bestätigt, der ukrainische Chefunterhändler hat es bestätigt, man hatte einen Friedensvertrag. Boris Johnson war es, ne? Ja, Boris Johnson hat sich dagegen gewählt. Boris Johnson ist nach Kiew gefahren und gesagt, der Westen ist noch nicht bereit für Frieden. Also zwei Argumente. Das eine, ja, ihr könnt den Krieg gewinnen und wir liefern euch alle Waffen und alles Geld, was ihr braucht. Und das zweite, Russland, das Verbrecher, den kann man sowieso nicht glauben. Es ist so gestört. Vor allem, ich meine, die Motive dahinter sind ja, wie du schon sagtest, klar, Russland zu schwächen. Und ich denke mir halt auch immer, das sind halt Rüstungsunternehmen. Ich möchte es auch bitte Waffenhändler nennen, weil Rüstungsunternehmen klingt für mich zu defensiv und zu pazifistisch und zu beschönigen. Das sind Waffenhändler, die noch so viele alten Waffen, Munition, Panzer, was auch immer rumliegen haben, die alle in irgendwelchen Lagern irgendwelche Lagerkosten wegnehmen, die verheizt werden müssen. Der europäische Steuerzahler darf davon so unfassbar viel kaufen und das Geld einfach übernehmen. Weil wer kauft denn diese Waffen? Erklär es mir. Wir als Steuerzahler kaufen noch diese Waffen. Also, wenn ich da richtig liege, ist Deutschland der stärkste oder der zweitstärkste Beteiligte von der finanziellen Geldmenge, wenn es um die Waffendieferung geht? Satz 2 hinter den USA, ja. Ja. Und wir persönlich bezahlen, also unser Land bezahlt und dann nochmal bezahlen wir in einen Fonds ein bei der EU, der dann auch nochmal Waffen kauft, wenn ich das richtig sehe. In einer Zeit, wo es unserer Pflege scheiße geht, wo es unserem Sozialstaat scheiße geht, wo es unserem Gesundheitssystem scheiße geht, unserem ÖPNV, soll ich weitermachen? Den brauchst du, glaube ich. Und dann denke ich mir halt, für wen regiert ihr so? Für die Waffenhändler oder für uns? Vor allem, wo gehen die Waffen hin? Das Pentagon, das hat jetzt mal eine Überprüfung gemacht, wo sind eigentlich die Waffen, die wir an die Ukraine geliefert haben? 59 Prozent, unauffindbar. Das heißt, man nur... Ja, also, wenn moderne Javelin-Raketen oder so dann in ein paar Jahren bei irgendwelchen Bürgerkriegen im Nahen Osten auftauchen oder in Afrika... Ich nix wissen. ...wissen wir schon mal, woher die kommen. Der Jemen hat jetzt schon richtig schlechte Laune. Es ist Wahnsinn. Vor allem, du musst dir überlegen, aus welcher Quelle das stammt, vom Pentagon. Und wenn das Pentagon schon sagt, die eigentlich ein Interesse daran haben an der ganzen Geschichte. Oder denkst du jetzt hier, dass das Pentagon sich jetzt auch dagegen stellt, weil es im Volk jetzt die... so ein bisschen so das Ding vernimmt von wegen, ah, die haben auch nicht mehr so Lust. Das Ding ist, es berichtet ja keiner drüber. Münchner Merkur hatte, glaube ich, einen Artikel unter Antispiegel. Sonst habe ich keinen mitbekommen, der darüber berichtet hat. Das ist auch eine gute Frage, die ich dir schon stellen wollte. Du bist derartig zugeschissen mit Infos. Hast du da irgendwie so einen Ticker oder irgendwas, wo du das mitbekommst oder liest du wirklich den ganzen Tag? Nee, ich war gerade viel mit Unikram beschäftigt, habe gelernt und nebenbei habe ich halt Podcasts gehört. Also ein bisschen abzulenken. Also sowas wie diese Sendung Tacheles vom Antispiegel, die hatte ich gehört. Da hatten die den Bericht. Und wie gesagt, dann hatte ich nochmal gegoogelt, welche normale Zeitung berichtet denn darüber. Das war, glaube ich, Münchner Merkur. Tacheles, Antispiegel, Münchner Merkur. Mein Vater sagte schon zu mir sein. Münchner Merkur ist Menschen. Das ist keine sonderlich gute Zeitung. Ich hatte mich gewundert, dass die da einen Artikel drüber hatten. Das ist schon komisch, ne? Vielleicht, als ob sie den Wind riechen würden. Wie stehen denn unsere, also wie gesagt, ich bin da nicht so wirklich drin, wie stehen denn eigentlich unsere Parteien zu der ganzen Kriegsgeschichte? Ich meine, die Ampel möchte Waffenlieferung, das ist klar. Die CDU noch mehr. Die CDU noch mehr, genau. Ich meine, Kiesewetter stellt sich zur Welt hin und sagt, wir müssen diesen Krieg eskalieren. Let's go. Die AfD hat da, glaube ich, eher so pazifistisch ansitzend. Und BSW ist auch dagegen. Und BSW ist auch dagegen. Also, weiß man ja, wo man das Kreuz bei der nächsten Wahl machen muss. Ja, aber die AfD, das ist interessant. Die haben vor kurzem jetzt für so einen Bundeswehreinsatz im Roten Meer gestimmt. Also da, wo wir unsere Fregatta Hessen hingeschickt haben, die hat da erstmal versucht, auf eine US-Drohne zu schießen, weil die nicht richtig erkannt haben, welche Drohne da jetzt befreundet, welche verfeindet das. Und dann war die Munition alle und jetzt muss es so. Und dann die Bundeswehr halt. Das ist wirklich eine Armee, wie wirklich nichts zu gebrauchen ist. Die schickste dann im Roten Meer, die dagegen eine gut organisierte, guerillamäßig organisierte Organisation kämpfen soll, die in diesem Gebiet schon seit über zehn Jahren Krieg führt. Also das ist sowieso schon gehörnrissig. Also von Anfang an. Das klingt für mich nach Hotshots. Jeder Experte. Kehrst du mit dem Film Hotshots? Nee, nee. Das war so von dem Macher von der nackten Kanone mit dem gleichen Schauspieler, ne? Das war eine Parodie von Top Gun. Und das klingt sehr nach einem Sketch aus genau diesem Film. Kannst du dir mal anschauen. Das ist Wahnsinn. Man wacht jeden Tag auf und die Welt wird ein Stück Irrer. Ja, ja, aber jeder Experte, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat, der sich auch mit so Bundeswehreinsätzen in der Vergangenheit beschäftigt hat, der sagt dir, also selbst wenn dieses Ziel, was da vorgegeben wird, jetzt realistisch wäre, die Bundeswehr, es bringt nichts, die da hinzuschicken. Die ist dafür einfach, die kriegt das nicht hin, die hat das in vergangenen Einsätzen nicht hingekriegt. Und dann kommt noch dazu, das Ziel ist nicht mal realistisch. Also wenn du da, also ich glaube, ich muss diese Situation um jeden mal ein bisschen erklären. Bitte, ja. Die Houthis, die führen da schon seit 2015 Krieg gegen Saudi-Arabien. Dieser Krieg, der war jetzt eigentlich am Auslaufen. Es wurde Frieden verhandelt, also immer mehr Waffenstillstande wurden verhandelt. Saudi-Arabien und der Iran hatten sich angenähert. Und dadurch, ja, war eigentlich die Aussicht darauf, dass der Krieg im Jemen bald endet. Die Houthis, die kontrollieren Gebiete, wo drei Viertel der jemenitischen Bevölkerung leben. Die sind also de facto die Regierung vom Jemen. Bejure ist immer noch dieses saudische Marionettenregime da an der Macht, was Saudi-Arabien durch seinen Militäreinsatz da also auch an der Macht da halten wollte. Und die Houthis, die haben jetzt angesichts des Israel-Gaza-Krieges gesagt, okay, wir finden es nicht gut, was Israel da in Gaza macht. Wir erklären jetzt Israel den Krieg. Haben sie ein paar Raketen versucht, nach Israel zu schicken. Du weißt, wo der Jemen liegt. Du weißt, wo Israel liegt. War nicht so erfolgreich. Dann haben sie gesagt, okay, bringt offenbar nicht so viel. Dann greifen wir jetzt Schiffe an, die in Bezug zu Israel haben. Also die beispielsweise israelischen Redan gehören. Und da haben die USA und Großbritannien dann gesagt, der Seehandel ist in Gefahr. Da sind unsere Waren drauf. Ja, ja. Ja, böse Zungen sagen auch, dass sie da eine neue Front gegen den Iran erhöhen wollten. Also Joe Biden hat auch schon zugegeben, diese Luftangriffe, die die da jetzt machen, die bewirken überhaupt nichts. Hat er auf offener Bühne zugegeben. Also die Houthis, die führen, also Saudi-Arabien hat denn diesen Krieg, den ist da seit 2015 für eine Hungerblockade über das Land verhängt, systematisch zivile Infrastruktur kaputt gemacht. Wodentruppen eingesetzt, radikale Islamisten hochgerüstet. Also wirklich alles die brutalsten Mitte der Kriegsführung angewandt. Über 400.000 Tote und immer noch 70, 80 Prozent der jemenitischen Bevölkerung immer noch von den Houthis. 400.000. Ja, hat fast keiner mitbekommen. Wir liefern doch Waffen nach Saudi-Arabien, die in jedem kämpfen, ne? Ja, ja. Aber da gibt es günstiges Gas, ne? Ja, ja. Ja, aber das liegt an der saudischen Kriegstaktik. Saudi-Arabien wird das Land von Lebensmittel abhängig machen und dann selbst die Hilfslieferungen koordinieren, damit die Houthi-Gebiete eben nichts kriegen und ausgehungert werden, aber die Gebiete, die von der offiziellen Regierung kontrolliert werden, die werden dann von Saudi-Arabien versorgt. Also das ist da mehr oder weniger die Kriegstaktik hinter. Die Bevölkerung dafür überstrafen, dass sie in Houthi-Gebieten lebt und die Houthis so schwächen. Was war der Ursprungsgrund für den Krieg? Die Houthis drohten die komplette Kontrolle, also die hatten zumindest über die bevölkerungsreichen Gebiete im Westen des Landes schon die komplette Kontrolle. Also die Houthis hatten da eigentlich die Regierung schon nach Saudi-Arabien vertrieben und die hat dann da angefragt, könnt ihr die mal bitte wieder wegbomben und Saudi-Arabien hat da gesagt, okay, Houthis, die scheinen sich nicht so gut kontrollieren zu lassen wie das bisherige Regime, was man durch Korruption ziemlich gut unter Kontrolle hatte, also bomben wir das wieder zurück an die Macht, hat nicht funktioniert. Also schon das, Saudi-Arabien, der direkte Nachbar, führt mit unglaublicher Brutalität über viele Jahre hinweg einen Krieg und es hat absolut keinen Erfolg. Also die Houthis wurden ein bisschen zurückgedrängt, aber auch nicht nennenswert. Ich glaube, im Talk mit, du warst auf jeden Fall letztendlich im Talk und hast mit jemandem über das Thema gesprochen, habe heute ein paar Sachen noch von dir angeschaut nebenbei, da sagtest du ja auch, ah, fuck, ich habe einen Punkt vergessen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was du meinst. Alles gut. Du hattest aber auf jeden Fall über diese Situation auch im Jemen gesprochen. Also wenn ich es jetzt richtig sehe, hatte quasi Saudi-Arabien einfach davor wirtschaftliche Interessen am Jemen und die Regierungen, die sie da eingesetzt haben. Geostrategisch. Geostrategisch, okay. Die wollen, dass da ein saudischer Marionettenstaat ist, damit da der Iran keinen Fuß in die Tür kriegt. Ah, verstehe. Aber durch die Annäherung von Saudi-Arabien im Iran bestand da jetzt Hoffnung, dass dieser Krieg langsam ausläuft und es dann da eine nationale Einheitsregierung gibt und der Jemen vielleicht ein neutraler Staat wird, irgendwas. Also halt, dass das irgendwie friedlich gelöst wird oder dass der Jemen halt in mehrere Teile aufgespalten wurde. Also das würde jetzt noch länger dauern zu erklären. Der Jemen war im Kalten Krieg in Nord- und Südjemen gespalten und die Houthis, die haben sich jetzt im Norden entwickelt und kontrollieren da, wie gesagt, die meisten Gebiete und im Süden, da gibt es jetzt Islamistisch, also Süden war früher kommunistisch, jetzt sind da vor allem die islamistischen Gruppen, die von Saudi-Arabien und Vereinigten Arabischen Emiraten hochgerüstet wurden und da könnte sich eventuell ein eigener Südjemen dann da abspalten. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber was wichtig für den Kontext ist zu wissen, Saudi-Arabien führte seit vielen Jahren einen extrem brutalen Krieg und es hatte keinen Erfolg. Und dass der Westen da jetzt bombardiert, natürlich hat das auch keinen Erfolg. Der Westen will da jetzt nur bombardieren und schauen, inwieweit er den Iran irgendwie provozieren kann. Und das ist jetzt bei diesem Bundeswehreinsatz interessant. Dieser Bundeswehreinsatz, der ist nämlich nicht nur auf das Gebiet im Roten Meer, wo die Huthi-Milizen die Schiffe angreifen, ausgerichtet, sondern der ist auch, der geht bis vor die iranische Küste. Also du weißt, wo der Jem liegt? Der Jem liegt ja da am Westen, Südwesten der Arabischen Halbinsel. Der Iran liegt auf der anderen, der Iran liegt auf der anderen Seite des Persischen Golfs. Und bis vor die Küste des Irans ist das Einsatzgebiet dieses Einsatzes. Also ja, da stellt sich die Frage, wieso? Wieso ist das Einsatzgebiet so großzügig ausgewiesen? Obwohl man doch nur im Roten Meer an dieser Meerenge rumschippern müsste. Und dann ist das Zweite, da wird ja gesagt, wir verteidigen jetzt den Seehandel. Auch das ist völliger Schwachsinn. Die Huthis, die haben wie gesagt zuerst Schiffe in Bezug zu Israel angegriffen. Jetzt, wo die USA, Großbritannien und auch andere Länder bombardieren, greifen sie auch Schiffe an, die Bezug zu Großbritannien und den USA haben. Was passiert jetzt, wenn Deutschland da ein Schiff hinschickt und eventuell das zu Gefechten kommt? Vor allem ein Schiff. Ja, könnte es dann sein, dass die Huthis diese auch deutsche Schiffe als Ziele sehen? Also könnte es sein, dass wir uns hier zu Zielscheibe machen, um im Dienste der USA den Iran zu provozieren? So hört sich das an, wenn du das so beschreibst. Ja, absolut. Das ist auch ein Grund, warum BSW und die Linke dann im Bundestag dagegen gestimmt haben. Die AfD, die hat dafür gestimmt. Warum? Ja, das ist ja, man beschützt hier den Seehandel und das dient ja deutschen Interessen. Also dass Deutschland seinen eigenen Seehandel damit zur Zielscheibe macht, dass wir hier die geostrategischen Interessen der USA verteidigen und nicht unsere eigenen wirtschaftlichen Interessen. Also man könnte ja so argumentieren, man könnte ja so argumentieren, wenn unsere Marine tatsächlich in der Lage wäre, sag ich mal, für Sicherheit zu sorgen, das ist ganz viel Konjunktiv, dann könnte man ja irgendwo noch nachvollziehen, wie dieser Gedankengang entsteht. Ja, also okay, dann könnte man es verargumentieren, aber wenn man dann die Schlagzeilen von heute oder von den letzten Tagen sieht. Das heißt für Sicherheit, deutsche Schiffe sind ja aktuell in Sicherheit, also mehr oder weniger, die Houthis, die mögen sich mitunter auch vertun, aber offizielle Ansage ist, wir greifen Schiffe, Zug zu Israel, Großbritannien und den USA an. Nicht immer Zug zu Deutschland. Wenn Deutschland jetzt Schiffe dahin sendet, dann machen wir uns zur Zielscheibe. Ja, die vereinfachte Annahme wäre zu sagen, hey, die Houthis greifen da unten alles an und deswegen müssen wir damit rein. Ja, natürlich stimmt das nicht. Das ist ja eine Lüge. Also ich frage mich, also was heißt, ich frage mich, die Medien berichten halt nicht darüber. Also es wird so dargestellt, als würden die Houthis da alles angreifen, was da langschirpt, das stimmt einfach nicht. Mhm. Ja, unter einer anderen Argumentation könnte man es ja nicht irgendwie begründen, warum man es tut. Ja, man mischt sich da einen Konflikt ein, ja, man mischt sich da einen Konflikt ein, mit dem man nichts zu tun hat. Ich meine, China ist ja auf einen freien Seehandel vor allem über diese Strecke viel angewiesener als Deutschland und schickt China da seine Flotte hin? Nein, selbstverständlich nicht. China sagt, das ist ein Konflikt, wir sind da für friedliche Verhandlungen, wir machen vielleicht hinter den Kulissen irgendwie Druck, dass das zu einem friedlichen Ende kommt, aber wir werden Teufel tun, uns da militärisch einzumischen. Was macht Deutschland? Ja, wir schicken da erstmal eine Fregatte hin, die dann eine US-Drohne abschießt. Also da kannst du dir nur noch auf den Kopf fassen. Das ist wie zum schlechten Bündchen. Ich muss mich korrigieren, sie hat die US-Drohne nicht abgeschossen, sie hat es versucht und dann daneben geschossen. Es ist so der Wahnsinn und das ist in der momentan geopolitischen Weltsituation. Wieso tut man sowas? Einfach um den USA zu gefallen. Das kann ja nicht sein. Um die Iran zu provozieren. Ja, ja, ja. Wie gesagt, dieses Gespräch mit der Friseurin heute fand ich sehr interessant. Ich muss es nochmal aufbringen. Ihr Mann arbeitet in der Stahlindustrie, die bauen Türen und dergleichen. Was wichtig ist auf jeden Fall, ist, dass sie sehr kleinteilige Stahlsachen bauen. Und die Frau meinte, dass es aktuell in allen Bereichen zu unfassbaren Baustoffengpässen kommt. Wegen dieser Geschichte bei der also wegen der ukrainischen Mehrblockade. Wie schätzt du sage ich mal da die Zukunft der Industrie in Deutschland ein? Wie sehr sind wir darauf angewiesen auf diesen Handelsbereich? So, dass jetzt einige Rohstoffe nicht ankommen und man auch noch Lieferengpässe hat. Die sind ja insgesamt tatsächlich zurückgegangen. Auch weil die Wirtschaft abgekühlt ist. Also gerade jetzt nach der Pandemie. Ja, es gibt es in einigen Bereichen noch, aber das ist insgesamt sogar zurückgegangen mittlerweile. Das könnte jetzt mehr die Situation im Roten Meer eskaliert. Ja, also dass wir dann wirklich Engpässe bekommen, ist unwahrscheinlich. Die Schiffe schippern dann halt um Afrika rum. Die Frachtkosten steigen dadurch an. Es wird ein bisschen teurer, aber es ist jetzt nicht so, dass da dann Dauer auf der Engpässe drohen würden. In Kombination mit den steigenden Energiekosten und so weiter wird es wahrscheinlich aber für den Endverbraucher wieder teuer. Ja, definitiv. Vor allem, wenn es zu einer größeren Eskalation kommt. Wie gesagt, also aktuell ist das ja noch relativ eingegrenzter. Aber so viel wie die USA da zünden, also die USA haben ja auch völlig entgegen des Völkerrechts Milizen im Irak und in Syrien angegriffen. Ach so. Syrien, also da halten die USA ja sowieso schon seit einigen Jahren die Ölquellen dort besetzt und klauen da das Öl, was eigentlich Syrien gehört. Was? Wusste ich nicht. What the fuck? Ja, die USA, die haben ja da die Kurden unterstützt und hatten deswegen ihre Truppen in der Region. Dann hat Donald Trump gesagt, so wir ziehen unsere Truppen ab, außer wo die Ölquellen sind, die hätten wir weiter besetzt. Und seitdem halten die USA da wirklich nur noch die Ölquellen besetzt und transportieren das Öl dann in den von US-Truppen besetzten Irak ab. Mit was für einer Begründung tut man das? Was ist, wenn dann angenommen, der kommt Dann hat das Öl und gibt es nicht wieder her. Also das hat Donald Trump explizit so gezeigt. Das ist doch alles eine Seifenoper. Was ist denn, wenn da jetzt ein syrisches Unternehmen herkommt und sagt Moin, also das ist unser Land, Servus, hier, syrisches Ölunternehmen, hätten wir gerne. Wie wird es dann Amerika verargumentieren? Ja, wir haben bei euch hier Militäreinsatz geführt und dann sagen die irgendwie Sicherheit, die müssen es beschützen vor wem auch immer. Wir haben die Kontrolle, wir haben das stärkere Militär, haltet euch für an. Das ist ganz einfach. Fick dich Amerika, fick dich Amerika einfach nur. So was macht mich nicht sauer. Ja, aber im Irak ist man jetzt richtig sauer. Ich meine, das irakische Parlament, das hatte ja vor ein paar Jahren, als die USA dann einen iranischen General schon ermordet hat, also die hat Soleimani, ich weiß nicht, ob du das mitbekriegt hast. Ich habe das, glaube ich, in einem, in einem, oh Gott, in einem Pispas-Skid habe ich das mitbekommen, ja. Nee, der Pispas, der hatte da schon aufgehört. Echt? Ja, ja. Das war ein ähnlicher Name dann, also mein Gehirn sagt dazu gerade Pispas, dann erkläre mir, dann war das was anderes. Ja, das war ein iranischer General, der hat unter anderem den islamischen Staat besiegt, hatte, ja, war für iranische drum im Ausland zuständig und die USA haben ihn dann als er im Irak zu Besuch war einfach erschießen lassen. Per Drohne. Und da war was, ja. Und da war der Irak schon nicht so begeistert, das irakische Parlament hat schon gefordert, hallo, wir wollen hier keine US-Truppen auf unserem Land, die bringen hier einfach so Leute um, die auf Staatsbesuch sind, was soll das? Und die USA haben sich natürlich nicht zurückgezogen und jetzt haben die USA da wieder Milizen angegriffen und die Iraker fordern jetzt wieder, verpisst euch mal bitte, wir wollen euch hier nicht haben. Wir werden sich die USA auch daran nicht halten. Ohne Scheiß, erklär mir mal, wie kann man das irgendeiner Art und Weise gutheißen? Einfach nur nicht, weil darüber nicht berichtet wird? Ich meine, sowas muss man ja mitbekommen. Das sind diese Milizen, die haben eine Verbindung zum Iran und dadurch darf man sie angreifen. Weil Iran böse. Ja, ja. Ich sag doch, die USA zünden in dieser Region, wo es nur geht. Also, gleich nachdem der Gaza-Krieg begonnen hat, haben sie ein eigenes Kriegsschiff in die Region geschickt und erst mal Hisbollah, Iran und alle anderen da, die irgendwie gewagt haben, auf dem Weg zu werden, mit Krieg bedroht. Also, dass man da jetzt die Houthis angreift, das ist sozusagen auch die Konsequenz, wenn wir mit Krieg drohen, dann müssen wir das auch umsetzen, ganz egal, ob das jetzt in der Realität was bringt oder nicht. Okay, einfach nur um unsere Machtpositionen zu verdeutlichen. Ja, ja. Damit sich kein anderer traut, da aufmöglich zu werden. Ich frage mich, wie kann es, also was muss passieren, dass die USA ihre Rolle in der Welt, diese Machtposition verlieren und damit die nicht mehr so frei das tun können. Weil, ich bin der Meinung, wir Menschen wissen natürlich alle gleich viel wert. Und deswegen interessiert es mich natürlich auch, was in solchen Ländern passiert. Also, wenn in Jemen geschossen wird oder in Irak geschossen wird, dann interessiert mich das genauso, wie wenn hier geschossen werden würde, weil es einfach scheiße ist, vor allem aus solchen Gründen. Gibt es irgendeine realistische Perspektive, dass solche, sag ich mal, pseudodemokratischen Interventionen nicht mehr passieren? Also, es gibt, also die USA haben diese Machtposition, vor allem, weil sie ja andere westliche Länder haben, die eben überall blind hinterher trotten. Das sind im Wesentlichen Japan, Südkorea, Singapur, Australien, Neuseeland und die restlichen und dann ganz viele europäische Staaten. Also, der kollektive Westen. Das ist, das sind die, die immer mit den USA in der UN-Generalversammlung stimmen, die, also zum Beispiel Teil der NATO sind, die letztlich immer hinter den USA stehen, ganz egal, ob es in ihrem eigenen Interesse ist, die auch Wirtschaftskriege gegen andere Staaten beginnen, ganz egal, ob das jetzt in ihrem Interesse ist und die auch hinter solchen amerikanischen Zudeleien dann hinterstehen. Also, wie gesagt, beim Gebennach schickt Deutschland jetzt eigene Kriegsschiffe hin, zusammen mit anderen EU-Staaten. Aber da hätte man auf ein Verbrechen des Westens spekulieren können, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Du siehst ja, 20 Prozent unserer energieintensiven Industrie sind weg und wir führen diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland jetzt immer noch weiter. Also, zu unserem massiven eigenen Schaden sind wir bereit, hier die Interessen der USA zu vertreten. Also, das halte ich für unwahrscheinlich. die USA könnten relativ gesehen wirtschaftlich absteigen. Das passiert ja schon seit Jahrzehnten. Vor allem China und mittlerweile auch Indien haben ein höheres Wachstum als die USA. Dadurch werden sie langfristig immer stärker global. Dadurch können sich die USA letztlich immer weniger erlauben. aktuell ist die USA... Da hätte ich gerne deine Meinung dazu gehört. Putin meinte, dass der Dollar sich auf dem absteigenden Ast befindet aktuell. Das mag jetzt Propaganda sein oder das mag jetzt taktisch angebracht sein, weil viele... Ja, stimmt. Das stimmt. Weil viele Länder eben den Dollar aus ihren Transaktionen irgendwie ausschließen oder jetzt in anderen Währungen handeln. Ja, aber tatsächlich, der Dollar in den Transaktionen im SWIFT, sodass er sich insgesamt langfristig betrachtet im Abstieg befindet, das stimmt. Aber bei den SWIFT-Transaktionen, da ist Anteil des Dollars sogar auf dem Rekord hochgesteht. Und dreimal darfst du raten, warum. Wahrscheinlich wegen dem Ukraine-Krieg, oder? Ja, aber warum? Welche Währung ist da weggefallen? Welche Währung ist da... Der Robel. Nein, der Euro. Nicht? Der Euro. Das habe ich nicht mitbekommen. Ist der Euro nicht mehr Teil vom SWIFT-System, oder? Doch, aber die Bedeutung des Euros kollabiert. Also wir Europäer beteiligen uns doch an allen Wirtschaftssanktionen und uns treffen die viel, viel härter als die USA. Und wir haben auch die russischen Zentralbankreserven eingefroren. Das heißt, jedes Unternehmen, das seine Geschäfte in Euro gehandelt hat, dem muss jetzt klar sein, dass der Euro keine Alternative zum Dollar ist. Alle Sanktionen, die die USA erlassen, die werden wahrscheinlich auch von den Europäern erlassen werden. Die Europäer scheren sich genauso wenig um Eigentumsrechte wie die USA. Das heißt, die Unternehmen, die bisher auf Euro als Alternative zum Dollar gesetzt haben, oder auf den Yen, für den Yen geht das gleich, aber der Yen war sowieso schon unbedeutender, die müssen jetzt auf beispielsweise den Yuan umsteigen. Also die haben quasi, der Euro ist als Alternative damit weggefallen und deswegen ist seine Bedeutung derart kollabiert. Dazu kommt noch, dass dieser Wirtschaftskrieg halt die EU viel, viel härter trifft als die USA. Was auch, so böse Zungen behaupten, ja, das wäre ein Grund, warum die USA das so vorangetrieben haben. Aber das sind Verschwörungstheoretiker. Um uns klein zu halten, meinst du? Ja, das sind Verschwörungstheoretiker, wenn sowas behauptet. Verstehe, verstehe. Man muss auch verheitshalber sagen, es sind ja super komplexe Sachverhalte. Also für den Otto-Normalbürger sind solche Zusammenhänge absolut nicht zu erschließen. Also kann man jetzt mal davon ausgehen. Das heißt, sowas überhaupt mitzubekommen oder so gesamtgeopolitische Motive zu erkennen, da bedarf es jemandem wie dich, dem man dann fragt, hey Agi, wie schaut's denn aus? Was hältst du davon und davon? Aber das macht Sinn, was du erzählst. Die Frage ist, wie kommt man aus der Geschichte raus? Ich meine, die Thematik NATO-Austritt wird ja öfters diskutiert in der letzten Zeit, weil die NATO ja ein verlängerter Arm oder zumindest in der Blase wird die öfters diskutiert. Ich sehe das öfters mal aufkommen, weil die NATO ja auch irgendwie durch die Connection zu der USA ein bisschen, sag ich mal, viele Verpflichtungen hat, die uns mit in die Scheiße reiten, wenn was passiert. Letztes Mal ganz salopp gesagt. Wie siehst du die Perspektive wirtschaftlich außer NATO auszutreten, vielleicht auf eine andere Währung umzusteigen? Würde das irgendwie helfen? Es ist ja keine Währung, die NATO. Ja, natürlich, aber zu NATO zähle ich EU und dazu zähle ich Euro gedanklich. So, ja, das sollte es, glaube ich, trennen. Also die EU, die macht zwar gerade die gleiche Politik, aber die EU, die könnte ja theoretisch, also inwieweit die aktuelle EU, also brauchen wir nicht drüber reden, die ist erstmal in der katastrophalen Verfassung und zweitens ist die nicht sonderlich demokratisch organisiert, da müsste man bestimmt sehr viel reformieren. Aber in der EU läuft alles nur so schlecht, weil die Nationalstaaten entscheiden, dass das so läuft. Also die europäische Außenpolitik, die ist so Amerika-hörig, weil die Nationalstaaten das so entscheiden. Wir könnten eine andere europäische Außenpolitik machen, wie wir das wollten, ob wir das jetzt im Rahmen der EU machen oder was Neues gründen oder die EU jetzt reformieren und sie dann umbenennen, das ist dann, wie gesagt, ich halte die EU für extrem reformbedürftig, aber dass es ein vereintes Europa geben sollte, was kollektiv handelt, was vor allem eine gemeinsame Außenpolitik macht und bei vielen wirtschaftlichen Fragen kooperiert, das halte ich für unabdingbar, weil man sonst in dieser Welt untergeht. Ja, vor allem, wenn man die Großmächte betrachtet, China, Russland, Amerika, vor allem wirtschaftlich betrachtet, wenn wir uns da splittern würden, würden die uns fressen, wie auch immer das passieren würde. Jetzt nicht unbedingt von Landesgrenzenerweiterung, sondern wirtschaftlich einfach. Das wäre auch eine, ich meine, möchtest du noch weiter ausführen, weil dann hätte ich nämlich noch eine Folgefrage. Ja, frag ruhig. Okay, wie gesagt, alles aus einer Perspektive von relativ wenig Ahnung jetzt angenommen. Europa wird sich jetzt geschlossen hinstellen und sagen, okay, die Außenpolitik, die Wirtschaftspolitik von Amerika ist mit unseren Werten nicht mehr tragbar. Wir wollen uns da, wir wollen uns trennen nach jahrelanger Ehe, wollen wir uns scheiden lassen. Glaubst du, das würde zur Folge haben, dass wir in Konflikte noch eher reingeraten würden oder dass es noch unsicher auf der Welt werden würde? oder? Du meinst es mit den USA? nach der Sturmhaube macht der Sturmhaube Sachen wie im Chat. Es ist so klassisch. Macht ihr mal da weiter. Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also, du siehst es ja bei Ländern wie der Türkei. Die können sich, oder sogar Israel, also die können sich aus den westlichen Sanktionen gerade raushalten, aus diesem Wirtschaftskrieg raushalten, ohne dass sie jetzt von den USA bekämpft werden würden. Also, die USA, die haben schlichtweg nicht die wirtschaftliche Macht, um jedes Land auf ihren Kurs zu zwingen. Sie profitieren wirklich davon, dass wir Europäer so eine hörige Politik machen. Ich denke mir, jetzt bei Israel und so, vielleicht ist einfach die Position von Israel in der Welt nicht so wichtig für die USA. Ich meine, allein die geografische Position von Europa als Puffer zwischen ihrem großen Feind Russland ist doch allein schon mal interessant, um uns quasi zu kontrollieren als Verbündeten. Ja, aber wir sind wirtschaftlich zu bedeuten, da kannst du keinen Handelskrieg gegen die ganze Welt führen. Also, die USA, die haben ja schon Handelskrieg gegen China gebrochen, jetzt Wirtschaftskrieg gegen Russland, führen schon seit längerem Wirtschaftskriege gegen kleinere Staaten wie Iran, Nicaragua, Venezuela, also machen die USA ja das häufigeren. Die Zahl an Sanktionen, die die USA und andere westliche Staaten lassen haben, ist extrem nach oben gegangen. Also, dass die USA dann noch was gegen Europa beginnen, das ist völlig unrealistisch. Die USA würden sich dann vielleicht mit einem Gezeter, vielleicht würden sie noch einige überflüssige Kriege führen, um noch ihren Einfluss in Stimmenregionen aufrecht zu erhalten, aber die USA würden sich dann mit der multikularen Weltordnung abfinden müssen. Sie hätten dann gar keine andere Wahl mehr. Kann ich mir gut vorstellen, wie eine toxische Beziehung, die zu Ende geht, also USA mit der Welt, dass sie noch mal so richtig versuchen würde, auf die Kacke zu hauen. Aber die USA, die können eben so aggressiv sein, weil, wie gesagt, vor allem die europäischen Staaten bedingungslos hinter allem stehen, was sie machen. Wenn die europäischen Staaten sich da rauswinden würden, dann würden wir auf eine multipolare Weltordnung zusteuern und da könnten wir unsere eigenen Interessen vertreten. Also, wir sehen ja gerade, wie diese Beziehung uns massiv schadet. Man konnte vielleicht noch vor fünf Jahren argumentieren, ja, okay, die USA, die schützen uns ja auch, okay, konnte man eigentlich nicht, aber die USA, also, bringt uns zumindest keinen Schaden, wenn wir so gute Beziehungen zu denen haben. Also, warum jetzt dieses gute Verhältnis da kaputt machen? Also, wie gesagt, jetzt 20% der energieintensiven Industrie abgewandert, zwischen 2020 und 2022 die Reallöhne um über fünf Prozent gesunken. Also, das ist zumindest für Deutschland eine absolute Katastrophe gewesen. Da kann man jetzt nicht mehr davon reden, dass diese Beziehung uns irgendwie nützen würde. Also, vor allem aus diesem Wirtschaftskrieg müssen wir uns unmittelbar herausfinden und das ginge auch. Was hältst du von der Idee, dass wir nicht aus der NATO austreten, sondern USA aus der NATO schmeißen? Ja, das BSW, das fordert ja tatsächlich ein kollektives europäisches Sicherheitssystem unter einem Bezug Russlands und das ginge wahrscheinlich nicht mit den USA. Das fände ich auch interessant. Da hat sich Putin auch zu geäußert, zu genau dieser Idee, zu einem europäischen Sicherheitsnetzwerk Raketenabwehrschirm, den man zusammen mit Europa bauen würde und so weiter und so fort. Da gab es anscheinend Gespräche. Ich spreche jetzt nochmal auf das Interview an von Taka Karlsson und Putin, weil da wurden ja sehr, sehr viele Dinge besprochen, mal abgesehen von der halbstündigen Geschichts-Session am Anfang. Die war sehr interessant und da musste ich auch nicht schlecht gucken. Das klang frei vorgetragen, sehr, sehr heftig. Aber da hat auch Putin gesagt, hey, pass mal auf, es gab die Gespräche darüber, wir wollen gemeinsame Sicherheitsstruktur schaffen, mit Europa, mit Amerika. Wir saßen auch mit Vertretern am Tisch. Ich weiß nicht mal, mit welchem Präsidenten am Tisch saß, vielleicht mit Bush oder sonst was. Und dann wurde von den militärischen Beratern des Präsidenten, welcher das auch immer jetzt war, wurde ihm gesagt, nö, das machen wir nicht. Ich finde halt interessant, dass die USA sich gegen diese Idee schon gestellt hat, obwohl ja eigentlich der Ursprungsgedanke von der Vereinten Welt oder vom Vereinten Sicherheitsnetz auf der Welt schöner ist. Keiner Vereinten Welt, das wäre eine vereintliche nördliche Zivilisation. Oder so, ja, so präzise. Stell dir das mal vor, Russland wäre Teil dieses Westens gewesen und die USA wären ja dann immer noch deutlich hegemonial macht gewesen, also daran hätte sich ja dann auch nichts geändert. Und diese vereinte westliche Welt unter einem Bezug Russlands, unter einem Bezug dann auch noch der zentralasiatischen Staaten, unter allem Bezug der Türkei, die würde sich dann jetzt China entgegenstellen. Also dann hätte sich die unipolare Weltordnung vielleicht noch eine ganze Zeit länger angehalten. Also rückblickend war es vielleicht aus amerikanischer Sicht sogar ein strategischer Fehler, dass man Russland damals nicht in den Westen hat kommen lassen. Stimmt, ja, weil man dann den großen Konkurrenten China heute vielleicht nicht in diesem Ausmaße hätte. Ja, und jetzt kriegt China billige Rohstoffe aus Russland und kann damit seinen Wachstum weiterfinanzieren. Also Russland richtet gerade seine gesamte Infrastruktur in China aus. Da werden Investitionen im Wert von 100 Milliarden Euro betätigt. Ich wollte gerade fragen, irgendwas gelesen letzt, dass von China jetzt logistische Mittel nach Russland an die Grenze kommen, also Schienen, LKWs, Flugzeuge und die ganze Geschichte. Ja, die Handelswege, die müssen umverlegt werden, definitiv. Ja, natürlich, ja. Man muss sich halt fragen, wenn, wie du schon sagtest, dass die Wirtschaftssanktionen uns mehr schaden als ihnen. Was ist jetzt, wenn die sich jetzt mit der größten Wirtschaftsmacht der Welt verbünden? Ja, das machen sie ja schon. Ja, eben, genau. Aber wie willst du es dann vor deiner Bevölkerung noch rechtfertigen, diese schlimmen Sanktionen aufrechtzuerhalten? Nur Moralisierung, da werden wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, ne? Genau, genau. Diese Moralisierung, die führt halt dazu, dass du deiner Bevölkerung irgendwelche Maßnahmen verkaufen kannst, die nicht in ihrem Interesse sind, die nicht mal in unserem Interesse sind. Und ja, bei den Politikern, da weißt du letztlich nicht, ob die, also manche sind vielleicht sogar so ideologisch verblendet und glauben an den Unsinn, den sie da erzählen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Also wenn die Politiker wissen, das ist nur so eine zynische Erzählung, um die dumme Bevölkerung bei der Stange zu halten, dann ist das besser, als wenn die Politiker ernsthaft an diese Werte glauben. Wenn sie nämlich ernsthaft daran glauben, dann sehen sie Russland wirklich als Feind, der besiegt werden muss und dann erhöht sich die Kriegswahrscheinlichkeit Richtung Atomkrieg extrem. Also ich habe es ja schon gesagt, ein gerechter Krieg, der ist viel brutaler als so ein, ja, weil man ja nicht mit Logik argumentiert. Ja, ja. Da sagst du was, ja. Ich halte es vor allem in der aktuellen geopolitischen Lage gerade ist wirklich nicht die Zeit für eine moralisch aufgeladene Politik. Ich denke mir halt vor allem, wie argumentiert man es seiner eigenen Bevölkerung gegenüber? Sagt man dann, ja, du kannst in deiner Wohnung sitzen und frieren und Hunger haben, aber du kannst dich wenigstens gut dabei fühlen oder wie. Ja, und selbst da, wo man es mit den eigenen Interessen begründet, also wie gesagt, jedem, da sagt man ja sogar, das ist so ein Seeweg freizuhalten, selbst da ist das absoluter Quatsch. Also man kann der Bevölkerung irgendwas erzählen, man kann dem Bundestag irgendwas erzählen und wie gesagt, selbst AfD stimmt zu, obwohl das, bin ich ja vorhin schon eingegangen, überhaupt nicht der Realität entspricht. Also du kannst wirklich, da die Medien ja über nichts vernünftig berichten, den Leuten alles erzählen. Das wollte ich gerade sagen, also das ist eigentlich an Dreistigkeit nicht zu überbieten, dass man solche Informationen vorenthält, weil wenn man diese Informationen nicht vorenthalten würde, wären ja die kompletten Aktionen im Kontext der objektiven Informationen ein kompletter Humbug. Und da würde die Bevölkerung natürlich auch mit Rechtern aufstehen und sagen, was macht ihr mit unseren Steuergeldern, mit unseren Leuten, mit unserem, dem Ruf unseres Landes so. Mit den Houthi-Rebellen hatten wir vorher keinen Stress. Die Houthi-Rebellen hassen uns jetzt wahrscheinlich. Iran wird wahrscheinlich auch mit uns Stress machen, wenn es jetzt alles so abläuft, wie du es gesagt hast. Iran ist von den Europäern schon enttäuscht genug. Also die hatten ja diesen Atomdeal mit uns geschlossen und ja, teilt und die USA haben den dann einseitig aufgekündigt. Also Iran hatte sich an alles gehalten. USA haben gesagt, wir haben den vor drei Jahren unterschrieben, trotzdem keine Lust mehr, uns weiter daran zu halten. Wir kündigen den jetzt auch. Und da hat der Iran darauf vertraut, dass wir Europäer weiter Handel damit treiben. Und was haben wir Europäer gesagt? Ja, wir können ja mal gucken, was ist passiert. Die Unternehmen haben natürlich alle Angst, dass sie aus dem US-amerikanischen Markt ausgeschlossen werden. Also Handel zwischen Europa und Iran ist zusammengebrochen. China füllt die Lücke. Also wir Europäer, wir haben da auch einen Schwanz angezogen. Auch das war schon gegen unsere Interessen lange nicht so massiv, wie das, was jetzt mit Russland passiert ist. Aber schon da hätten wir eine eigene Position bewahren müssen. Also schon da hat sich gezeigt, wie iratisch die amerikanische Außenpolitik ist. Ja. Ich finde es super wichtig, dass wir schauen, dass wir vielleicht andere Parteien irgendwie ranbekommen. Ich warte sehnsüchtig darauf, dass ich das BSW wählen kann. Weil bis jetzt alles, was ich vom BSW gehört habe, klingt ja wirklich vernünftig. Vor allem in diesem Bereich Außenpolitik. Also allein, dass du da auch schon Vertreter von bist, sagt ja auch erst mal viel über die ganze Geschichte aus. Du kriegst jetzt nicht einen falschen Hals, aber ich denke, du hast da vernünftige Ansichten, weil du sehr, sehr objektiv rangehst und nicht moralisch. Und das finde ich gut. Ja, was heißt objektiv? Das ist halt meine Sicht trotzdem noch. Natürlich, natürlich, ja. Sagen wir es, vor allem, du bleibst präzise, bestes Beispiel war gerade eben dieser Satz gerade. Was ich sagen möchte, ich mag es, wenn man das Ganze nicht moralisch verpackt, weil ich keinen Bock mehr auf Ideologien habe. Deswegen. Ich freue mich drauf, dass da jetzt eine Alternative gibt. Und wie gesagt, ich freue mich auch, dass wir in unserer Bubble mittlerweile alle so kommunikativ miteinander sind. Das macht sehr viel Spaß. Definitiv, definitiv. Macht sehr viel Spaß. Ich danke dir auf jeden Fall auch heute für das Gespräch. Das war mir eine Ehre. Gerne wieder. Ich versuche mich das nächste Mal ein bisschen besser vorzubereiten. Ansonsten hauge ich hier die ganze Zeit so mit Notizblock. Wenn nicht, reagieren wir mal irgendwo zusammen drauf. Das kann man bestimmt auch mal machen. Da haben wir dann zwei verschiedene Perspektiven. Einmal der komplett berechnende und ich sitze hier. Komplett am Töten. Das war schön heute. Das war schön heute. Ich danke dir. Ich kümmere mich jetzt mal um meinen Chat, weil hier passiert auch kompletter Humbug. und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Dir auch. Ciao. Ciao, ciao.